Nee, ich kaufe mir das da. So, wo muss ich denn hin? Hier links. Dann lass dir mal beim Red Buff helfen, schnell. Gute alte Fold Manier. Sitzen hier alle im Busch. Alle im Busch, außer Demo natürlich wieder. Bin doch zu dick für den Busch, ich fasse da nicht rein, guck mal. Klar, doch. Ja, siehst du, guck immer ein bisschen raus. Passt schon. Das sieht schon gut aus, Demo. Und go. Oh Gott, die Langes. Der muss sich jetzt immer wieder in den Reisemodus drücken und uns den muss ich erstmal dran gewöhnen. Da muss man sich dran gewöhnen. Kannst du den hier... Also komm ich nicht mehr ran. Aua! Hier ist ein Braith. Oh, jetzt betäubig die extra. Du hast gesagt, komm ich nicht mehr ran. Kannst du dir nochmal stun, die alte? Oder rein? Aua! Wurde geschossen aus dem Busch. Ach, der supportet hier. Da kommt jemand, der jungler ankommt. Der schneidet nicht, ich muss mich mal auf uns heilen. Hier, hier, hier. Hier. Ja krass. Kommt da einfach ein... ein... ein jungle turn blast. Und eines habe ich die E geskillt. Ich bin doch ein Depp. Na egal. Das sind diese Raketen oder Granaten. Finde ich voll unnötig der Attacke. Also es kann mal cool sein, ein Kill zu securen, aber... Ich würd so pushen und dann würd so machen. Ne, ne, ne. Lass du erstmal freezen. Hast du ein Watt gestellt? Ja. Geh die mal unten. Heil uns mal voll mit der E. Oder hast du die E schon? Ja, musst du sagen. Ja. Ja, okay. Da ist sie wieder. Okay, irgendwelche Steps. Kannst du hier geben? Ja. Du kriegst so viel Schaden von den Minions. Ja. Da kommt wieder Tym Lars. Ja, deswegen geh ich voll rauf. Ah. Ich wollte mit der E jetzt noch killen. Oh, oh, oh. Hier kommt ein Camera. Achtung. Ja. Alter, die Heilung ist doch schon mal viel besser auf Level 1 als ein Fault. Ja, ein Fault war die Kacke, aber hier ist... Hier ist Camera. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung, ich hab... Weiß nicht mehr. Geh mal links unten dieses lila Minion killen. Lila? Ach, da hinten. Ja. Geh das mal killen. Oh. Oh. Jetzt rechtsklick. Oh, ich mag nur doch in dem Game. Ich geh mal schnell weg. Ich hab eh keine Minions jetzt. Ich mach hier das Schmuckkästchen mit. Was bringt mir das Geld? Nee, gib dir 60 Dollars und gib dir Mana zurück. Ich finde aber das Minion könnte man mindestens 100 Dollars geben. Also damit man sich auch darum prügelt. So, ich tarne ihn ja jetzt in seinem scheiß Busch. Jo. Ich sag jetzt die ganze Zeit da drin. Okay. Dann geh ich ein bisschen hoch. Genau. Einfach wieder hochheilen und dann... Am nächsten Mal haben wir sie wieder. So. Ey, Alter. Manaverlust ist ja null hier, Alter. Sag ich doch. Deswegen wird Nabisch halt auch voll oft gebannt. Finde ihn ein bisschen zu overpowered. Dafür, dass ich jetzt Level 3 bin. Wir haben kein Ward rechts. Na, ich hab auch keinen mehr. Warte. Dann kannst du ihn nochmal thonken, wenn du... Ja. In meinem Reisemodus. Jetzt. Hast du weit weg. Ah, er kommt nicht mehr raus. Ja, lass mal ein bisschen... Ein bisschen freezen. Ach. Schön, wie sie jetzt ihren Rechtsklick vermasselt. Masselt. Vermasselt. Kannst du jetzt auf ihn? Ja. Pushy. Ja. Alter. Er hat mich zurückgesetzt. Bitter blöder Assi. Oh. Kann ich jetzt noch ein bisschen weiter? Na ja, alles cool. Ich komm da nicht mehr ran. Ja. Das ist ja krass, ja. Das ist ja viel stronger als ein Fold, ey. Ich hab die Minions einfach da runter geschickt. Hast du noch einen Stun? Einfach Q und dann Stun? Ja. Krass. Ich hab keine Ult. Scheiße. Oh, kein Mera. Alter. Oh, er hat mich zurückgesetzt, der Wraith. Ah, der hat dich zurückgesetzt. Ja, ich hab mich ja dazwischen gesetzt. Ja, sehr gut gemacht. Hast du noch Mana? Nee, ich hab gar nichts mehr. Ich hab nur Spekt. Kann noch mal ein bisschen Wechselschritt machen oder so. Lol. Da kam einfach eine Countess. Egal. Da kam einfach eine Countess von hinten. Da kommt der Thun Lars hinten. Unserer? Ja, ja. Der macht die. Die kriegen die da nicht mit. Ich bälte die hier die ganze Zeit. Lol. Ich hab sie noch mit. Pass auf, nicht dass du einen Hit abkriegst. Ja, ja. Der holt sich den. Oder geht durchs Portal. Oh, geil. Er hat die noch bekommen. So. Wir müssen ein bisschen einkaufen. Ein ehrenvoller. Ich nehm mal ein Ward mit noch. Ich hab auch jetzt wieder zwei Wards. So, was nimmt man hier zuerst? Du machst die Stiefel immer. Hä? Ich bin Level 6 und hab keine Ulti. Hab ich eben falsch geskillt. Kriegt man doch auf Level 6. Oder nicht? Aber hier Thun Lars geht gut ab. 6-0. Ja. Der kommt immer zur richtigen Zeit. Das ist schon ganz geil. Ich stell mal ein Ward bei denen in den Jungle so ein bisschen. Da kaufe ich den uns hier. Das ist immer kaufe. Alter. Irgendwas kommt. Ich bin noch weg. Ich bin noch weg. Ich brauch ein bisschen lange zum Einkaufen. Weil ich noch nicht weiß, was sie vereitert sind. Naja. Wir haben es schon gekriegt. Komm jetzt aber. Ich mach mal ein bisschen Warden. Warden shit. Der macht hier. Der macht hier. Der macht hier den komischen Hund. Nee. Countess kommt zu euch. Wo ist ihr hin? Boot. Boot ist er. Achso. Ach ne. Hier unten ist er. Das ist Barrow. Da ist Camara hinter uns. Ich seh ihn nicht. Und da kommt noch der Boy. Mach deine Heilung an. E, E, E. Ich seh gar nix. Aber Camara ist auch nicht drauf. Nee. Jetzt müssen alle weg. Der Grux ist halt jetzt auch nicht zufrieden. Er steht halt noch auf seiner Lane. Und Timblast ist auch nicht mehr da. Schade. 4. 1. 1. 1 machen die den Hund. Wir sind zu viert da, oder? Boah. Krass. 1000 Euro. 1050. Scheiße. Digga. Geh zum Hund. Was ist mit unserem Mitlaner? Er rafft es nicht. Oh. Twimblast hat ihn gesnackt. Ich hab einen. Scheiße. Ich hab einen. Ich muss hier hin. Hier ist er. Kommt hinter mir. Scheiße. Da unten. Ich seh sie nicht. Wir sind Busch. Ich hab mich geholdet. Ich geh sie. Woh. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Crazy. Okay. Dunben sind sie. Digga. Das war... Wild. Was wollen die alle von uns hier? Wow. Was? Die Jungle. bräuchte mal deinen heal kannst du ihn thonken also reisemodus und dann irgendwie egal und da mitte geht es ab das interessiert er nicht er hat gedacht ich wurde hier zur mitte und würde mitkommen aber enttäuscht hat er sich getäuscht was ist denn die attacke alter hat sie thonken da hast du mich doch was oh da hinten ist er drin Lars muss man zu ihm gehen warum er ist doch alleine oder nicht ja der sara da muss noch ein paar hilfe braucht der hat 10,2 ok da brauch ich keine hilfe mehr du willst du mal aus meinem heilkreis raus ja ich geh jetzt eh weg hast du eh hack gehst eh weg ich mach kurz in mitte der braucht hilfe noch einer der hilfe braucht oh egal das warte ich jetzt gerade noch die 30 dollars die 30 dollars die gönne ich mir 18 dollars noch 12 9 6 1 3 3 so fertig da ist der geht ihm wohl tot kommt der twinblers guck mal wie er abgeht bumm unser 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 tower unser komm mal mit ja lauf fertig lauf hast du keinen skin für nabash ne kauf dir doch kostenlos kostenlose version hier gehen sie alle weg ja aber du kannst dir alle skins kaufen die wird sowieso nicht die wird sowieso nicht du kannst dein geld ruhig ausgeben wo kann man denn hier was shoppen du bist einfach auf hellen und dann klickst du den held doppelflick drauf und dann kannst du alles setzen und kannst Skins kaufen die meisten Skins kosten entweder 2000 und die ganz guten Skins kosten 6000 ok aber man kann fast also du kannst dir zu jedem helden eigentlich ein skin kaufen oh da rechts geht's ab ich muss mal mit da einreißen ich will da rechts helfen ja nochmal rüber oh gott ich bin zu krass lass mal mini prime machen boah ich bin zu krass das war nicht auch viel mal da das geil ja Wie Moses hat, hat lange das Prime West, welcher erfolgreich besiegt. Komm mal nach rechts. Achso, Prime ist da. Wo ist er denn? Mitte. Mitte sind drei Stringer. Wir können mal Mitte mit. Die wollen in die Mitte einreißen. Oh, hier sind Dings. Komm wieder zurück. Komm zurück, komm zurück. Komm mal, die hinten rein. Wo willst du hinten rein, Alter? Schade. So, warte mal. Das hat Crit. Das hat Crit. Dann wollte ich das da noch. Und dann die Maske. Weil die Contessa mich ganz schön zerbumst, würde ich mal so sagen. Alter, dass die E-O-Mann ständig anmachen kann. Hier, der Jagd den Cooldown, ey. Kannst du da Dauerheil machen. Wie die Nazis früher. Wo bist du denn, du jetzt? Ich bin gespawnt gerade. Ich gehe jetzt zum... Guck mal wieder. Ach, hier bleibt man hier rechts. Die pushen die Wanne hier. Der Twinblast soll mal hier mitkommen. Wenn man seine Attacken ausweist, kann man den alleine machen. Mit Live-Stil wäre natürlich noch geiler. Bin, rip. Komm mal. Jetzt können wir nicht mal Stiefel kaufen. So, Contessa. Contessa hat mich im Tower gekillt. Gibt es denn sowas wie Schilder? Was hast du denn gebaut? Der Twinblast baut Kurzschwert des Zerfalls. Die Heizenschwert, Kurzschwert des Zerfalls und das da. Das muss ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, er ist aber tot. Was machen wir denn jetzt? Das ist nur achter der Mitte. Die wollen auf jeden Fall uns links, den links einreißen. Ja, die Mitte ist weg. Nee, von uns stehen ja noch alle. Ist ja einer. Ich habe jetzt mal ein Ward hier. Bei denen im Jungle hier. Ein Mann, ein Ward. Ein Ork, ein Warg. War bei dir wieder. Bist du ein Ork oder ein Ogre? Oder ein Troll? Ich bin Troll. Ach, das dachte ich mir. Komm mal längst pushen. Komm mal her, warte. Da, da sind sie. Contessa kommt. Mach dich ready. Go. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich sterbe instant. Ja, der hat sich zu mir rübergeblinkt. Alter. Ist dann die alte. Kann ich nicht mehr. Dann hol sie oder so. Hab ich auch schon den macht. Ja, der Grox wollte noch auf. Hab noch einen Kill geholt. Ja, hilf dem, hilf dem. Bimblast kommt noch. Bimblast holt erstmal den Wraith. Ja, sehr gut. Ich hab's nicht gesehen. Sehr gut. Jetzt könnte er den Ender pushen. Ich bau vielleicht. Ich bau vielleicht auch mal dieses Crit Chance Ding. Und bau dann das Schwert. Oder das hier. Konnt jetzt Countess in ihrer Ult nicht stun. Machen sie ihn komisch. Echt? Ja. Ich mach grad den Red Buff und komm dann. Guck mal, der Sprecher sagt All Enemies Slamed. Und es leben einfach alle schon wieder. Ich hab sie in der Luft gekillt. Alter, bin ich geil. Die ist hochgesprungen und ich hab sie in der Luft weggeholtet. Das ist ja mal ärgerlich. So, können wir jetzt finishen. Oha, der Wraith noch schaden. Boah, ist hier platz. Oh, hinter ist noch jemand. Oha, scheiße. Gibt's nicht. Ähm. Heil mal. Achso, du hast kein Mana mehr. Dann lass Prime machen gehen. Komm. Ich glaub, komm, ich hab kein Mana mehr. Oh, die Mana. Hier, hol dir mal das Ding. Ah, nice. Aber zu zweit schaffen wir den nicht, oder? Nee. Ja, guck mal, der ist noch. Wir müssen dem da hinten helfen. Geh mal wieder weg. GG. Na ja. Ich hatte ja gern den Prime noch gemacht. Also, ich find's, ehrlich gesagt, ein bisschen zu schnell, Game. Du kannst ja nicht mehr so richtig schalten und gucken und was auch immer. Ja, man muss immer nur reagieren. Ja, ja, sag ich ja. Das ist alles ein bisschen zu schnell. Es ist halt geiles Klopperei und so. Das macht doch Bock. Aber es ist halt, ja, schon ein bisschen trotzdem zu schnell. Das macht doch nicht mehr.